Hallo und willkommen zu Tag 8 der 30-Tage-T3N-Yoga-Challenge. Ich bin Miri, Lotti ist heute auch wieder mit dabei, auch wenn ein bisschen schläfrig, aber ich glaube, das beeinflusst uns hier heute nicht. Ich habe euch heute eine Einheit vorbereitet, die vor allem unsere Schultern und unsere Arme stärken soll. Ihr braucht heute keine Unterlage, ihr könnt das Ganze einfach im Sitzen ausüben oder auch im Stehen, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wenn ihr sitzt, schließt trotzdem gerne erst einmal die Augen, legt die Hände in den Schoß. Und wenn ihr steht, bringt gerne die Hände vor dem Herzen zusammen, das Kinn minimal zum Brustbein und schließt auch hier eure Augen. Atem einmal tief ein und aus. Und dann lautet die heutige positive Affirmation für dich. Ich freue mich darauf, an den Herausforderungen, die das Leben für mich bereithält, zu wachsen. Atem einmal tief ein. Vollständig aus. Öffne die Augen. Und dann lass uns beginnen. Bring die Arme einmal zur Seite raus. Roll die Schultern nach oben und hinten weg. Lass die Arme hier richtig schön lang. Und dann schau mal, dass die Arme bzw. die Hände wirklich auf Schulterhöhe sind. Und dann fang an hier, deine Arme in kreisenden Bewegungen nach vorne zu bewegen. Kreise erst in kleinen Kreisen. Und werde dann ganz langsam größer. Das Tempo hier kannst du selbst wählen. Vielleicht möchtest du am Anfang ein bisschen ruhiger kreisen. Oder auch direkt ein bisschen schneller werden. Du kannst auch hier die Augen noch geschlossen halten. Und vor allem ganz wichtig, weiter atmen. Du wirst gleich mit Sicherheit deine Arme bzw. deine Schultern spüren. Aber dann probiere dich von dem Gefühl nicht ablenken zu lassen. Deinen Fokus zu behalten. Und dich hier auf dich selbst zu konzentrieren. Pendel dich dann ein. Und wechsel die Richtung. Kreise also nach hinten. Gerne erst in kleinen Kreisen. Schau auch hier noch einmal, dass die Arme sich nicht nach unten neigen. Sondern wirklich schön auf Schulterhöhe ausgerichtet sind. Kreise in größeren Kreisen. Kreise schneller, wenn du magst. Atme weiter hier. Tief ein. Und aus. Pendel dich dann langsam in der Mitte ein. Und dann bring von dir die Arme lang nach vorne. Lang wieder zur Seite. Nach oben und nach unten. Ein paar Mal so. Nach vorne, zur Seite. Oben, unten. Vorne, zur Seite. Und wenn du sie hoch und runter bewegst, dann probiere sie mal aktiv, wie durch Wasser nach oben und nach unten zu pressen. Lass die Schultern unten. Atme weiter. Hoch, runter. Vorne, zur Seite. Hoch, runter. Vorne, vorne, zur Seite. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, einmal noch hoch und nach unten. Halte hier. Von hier winkel jetzt deine Arme an. Mach zwei Fäuste. Und dann kipp die Unterarme nach vorne und nach oben. Nach vorne und nach oben. Und auch hier bleiben die Ellenbogen auf Schulterhöhe. Kontrolliere das gerne kurz. Und dann atme auch hier weiter. Ich spüre langsam meine Schultern, meine Oberarme. Aber probiere mich davon nicht ablenken zu lassen, sondern ganz fokussiert hier zu bleiben. Atme weiter. Noch für 5, 4, 3, 2, 1, halte dann hier oben. Und dann bring die Ellenbogen vorne zusammen und öffne. Zusammen und öffne. Und schau auch hier, dass die Ellenbogen mindestens auf Schulterhöhe bleiben. Nach vorne, öffnen. Immer im Wechsel. Halte hier durch. Wärts vielleicht ein bisschen schneller, kraftvoller. Atme weiter. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte hier und dann pulsier hier leicht nach oben und wieder aus Schulterhöhe. Pulsier ein bisschen schneller. Weiter pulsieren. Nutze diese Übung, um deine Muskulatur vielleicht kurz zu entspannen. Ein- und ausatmen, nicht vergessen. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Öffne dann noch einmal die Arme. Halte hier, lass die Schulter nach hinten gerollt. Und dann wechsle abwechselnd ab, indem du die Handflächen nach oben und nach unten drehst. Das wird jetzt ordentlich brennen, bei mir brennt es jedenfalls. Halte aber noch durch. Pulsiere hier abwechselnd rechts, links, Handfläche nach oben und nach unten. Noch 10, 9, das ist gleich geschafft, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und halte noch kurz. Halte, halte, halte. Schließ die Augen, atme einmal tief ein. Und dann lass los mit der Ausatmung. Bring die Arme nach unten, schüttel kurz die Arme aus, spür kurz nach. Schütte gerne die Hände kurz aus. Bring dann die Arme noch einmal zur Seite und dann bring deinen rechten Arm nach vorne und fang ihn mit dem linken Arm ein. Lass die Schultern unten, zieh deinen Arm über deinen Körper, halte hier kurz in dieser Dehnung, atme einmal tief ein und aus. Wechsel dann die Seite, bring den linken Arm über deinen Körper, zieh auch hier mit deiner rechten Hand bzw. mit deinem Unterarm den Arm über die Seite. Atme tief ein und aus. Lottie ist nochmal eingeschlafen. Die schnarcht hier vor sich hin. Atme ein und aus. Öffne dann noch einmal. Bring dann die Hände zu deinem unteren Rücken. Verschränk dann deine Finger. Wenn das nicht geht, greif gerne deine Handgelenke. Öffne dann noch einmal die Brust. Schieb die Fingerkuppen nach unten Richtung Matte. Zieh die Schultern nach hinten. Atme tief ein. Dann heb deinen Blick. Atme aus. Noch einmal ein. Mit der Ausatmung lösen. Du hast es geschafft für heute. Bring gerne noch einmal deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Schließ die Augen. Atme einmal tief ein und aus. Namaste. Tee. Vielen Dank fürs Mitmachen heute. Morgen ist schon Tag 9. Morgen wird es wieder ein bisschen fließender. Und wir arbeiten an unserer Flexibilität. Abonniere gerne den T3N Kanal. Aktiviere die Benachrichtigung, um kein Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder um 6.30 Uhr. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Bis morgen früh.